Hans, dein Fressen ist unter aller Kanone. Ich werde diesen Frass nicht essen. Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Dann koch doch dein eigenes Fressen. Hey, wach auf! Wir werden angegriffen! Ich bin nicht deine Mutter, Arschloch. Thunder, Flash, ist das alle? Für jetzt, wir sind alle in der Höhe. Wir müssen den NIR-Kreft-Gun beheben. Wir gehen raus.